Zeugnis Die drei Kerle sitzen zu Gericht, schauen schäl dem Delinquenten ins Gewissen. Er klappt das Revers seines Mantels hoch, ihn fröstelt vor Sehnsucht nach einem Bergquell, der Vergebung verspricht und beim ersten Schluck gewährt. Das Wetter schlug um sich mit List die Tonkrüge von den Fensterbänken fegend, jetzt liegen sie in Scherben, beflockt mit Lindensamen, die kein Würfelzucker mehr erträglicher macht. Alles, was ihm bleibt, ist seine Winterausrüstung, mit der er an kalten Tagen die Buchstaben aus der Suppe siebt und sich Gedichte legt. An warmen Tagen braucht das nicht, da helfen ihm die Schwalben drüber hinweg zu kommen, tragen ihn ins Land des Vergessens.